Hallo liebe 690-Fans, hier ist Julian Korb. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison. Vor dem Spiel streche ich mich ein bisschen, höre ein bisschen Musik und bereite mich so aufs Spielfach. Am freien Tag lege ich mich gerne auf die Couch, schaue ein paar Serien oder einen guten Film an, auch mal ins Kino oder Playstation spielen. Also ganz easy. Da habe ich noch ein paar Ziele oder ein paar Orte, die ich noch nicht gesehen habe. Sowas wie Australien, Südafrika. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Orte, die noch ausstehen, glaube ich. Das ist natürlich eine einfache Frage. Alles, was sause bei Mama auf den Tisch kommt, habe ich natürlich sehr, sehr gerne gegessen. Von daher eine sehr einfache Frage. Ich glaube, ich bin ein ganz offener Typ und freundlicher und witziger. Von daher, glaube ich, würde ich die Worte benutzen. ... ...